Jo, moin Leute, willkommen zum DFB-Pokal Saison 20, 22, 23, 2. Runde Prediction, Teil 2 von 2. Los geht's, heute um 18 Uhr. Hannover 96 unterliegt Borussia Dortmund 3 zu 6. Dann der SV Sandhauen unterliegt Karlsruhe SC 0 zu 1 nach Verlängerung. Ebenfalls nach Verlängerung gewinnt SC Freiburg gegen FC St. Pauli 2 zu 0. Und auch nach Verlängerung gewinnt der SC Paderborn 07 zu 1 gegen SV Werder Bremen 3 zu 2. Und um 20.45 Uhr das Bayerische Derby FC Augsburg gegen FC Bayern München. Das geht 1 zu 3 aus für den FC Bayern München. Dann 1. FC Union Berlin schlägt 1. FC Rheinland 2 zu 0. Dann VfB Stuttgart schlägt Amine Bielefeld 2 zu 1 nach Verlängerung. Und SSV Jan Regensburg unterliegt Fortuna Sitz Düsseldorf 1 zu 4. So, das war's mit dem zweiten Teil von 2 Teilnahme in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Saison 20, 22, 23 Predigten. So, letzten Likes, der letzten App oder gut gekickt. Ciao. Ciao. Ciao.